Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Diese alte indianische Weisheit bewahrheitet sich immer wieder. Wir brauchen halt auch in einer großen Stadt viele Menschen, die mithelfen, unsere Kinder so zu erziehen, dass sie über sich hinaus wachsen können. Und dass wir das in Dortmund gut machen, das schauen wir uns jetzt mal an. Seit 2013 sind wir ein Lernort. Jetzt mittlerweile als erster Lernort in Dortmund zertifiziert von der BNE-Agentur, also außerschulischer Lernort für Bildung, für nachhaltige Entwicklung. Das Projekt läuft ja relativ gut an. Das hat man, glaube ich, auch ein bisschen medial mitverfolgen können. Wir wollen ja auch den Menschen vor Ort nicht die Lust am Park nehmen in irgendeiner Weise, sondern es geht ja darum, sie anzusprechen, ob sie Hilfe brauchen oder ob irgendwas passiert ist, wo wir halt letztendlich unterstützen und helfen können. Damit Kinder über sich hinaus wachsen können, brauchen sie Respekt, Zuneigung und auch Platz. Platz und Raum, um es einfach auszuprobieren, um es zu machen. Und das schaffen wir hier in Dortmund jeden Tag ein Stück mehr, damit hier alle Kinder über sich hinaus wachsen. Platz und Raum, um es einfach auszuprobieren.